Jeder gute Blockbuster bekommt einen zweiten Teil. So auch unser bisheriger Blockbuster 20 Dinge, die Lehrer nicht dürfen, aber trotzdem machen. Heute Teil 2. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und 1,4 Millionen Menschen haben unser Video 20 Dinge, die Lehrer nicht dürfen, aber trotzdem machen, gesehen. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, hier ist es nochmal, war ja damals ein Tipp meines 10-jährigen Sohnes, der der Meinung war, mach doch mal endlich gescheite YouTube-Videos, Papa, und sag uns Schülern, was wir dürfen. Das hat natürlich in der Schulszene ganz gut eingeschlagen, aber auch ansonsten haben mich viele auf das Video angesprochen, die Reaktionen waren gemischt, die Lehrer waren ein bisschen knatschig, macht aber nichts, den habe ich ein Folgevideo geliefert. 20 Dinge, die Schüler nicht dürfen, aber trotzdem machen, das kam natürlich nicht so bombenmäßig an, aber okay, konnte ich schon mir vorstellen und heute ist es soweit. Wir haben alle eure Fragen gesammelt und nochmal 10 Dinge rausgefunden, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Und ich sage jetzt schon, brennend hat euch das Thema Handynutzung in der Schule interessiert und was Lehrer mit eurem geliebten Objekt, dem Smartphone eurer Wahl, machen dürfen oder nicht. Genug der langen Vorrede, fangen wir an. Nummer 1. Dürfen Lehrer mir verbieten, das Handy während der Schulzeit dabei zu haben? Das kommt darauf an. Man müsste erstmal in das Bundesland schauen, in dem ihr zur Schule geht und in das jeweilige Schulgesetz, also die Schulordnung selbst. Daraus folgt zunächst einmal, dass Handys während der Schule verboten werden können, während der gesamten Schulzeit, auch während der Pausen, aber nicht während des Wegs zur Schule und nicht danach. Das sollte ja klar sein. Es kann also auch nicht verboten werden, dass ihr gar keine Handys mitbringen dürft in die Schule. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Regeln in den einzelnen Bundesländern lauten. Wer hätte es gedacht? Besonders streng sieht das Ganze in Bayern aus. Da heißt es, im Schulgebäude sind Mobiltelefone und digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Also da steht das sogar so im Gesetz. In Nordrhein-Westfalen, da ist man ein bisschen kulanter, da heißt es, es muss die Schulkonferenz regeln, ob es Handyverbote in Schulen geben soll. Deswegen haben wir uns in Nordrhein-Westfalen einige Schulen rausgepickt, dass Heinrich-Heine-Gymnasium in Dortmund sagt, wer mit einem Handy erwischt wird, dem wird es abgenommen. Kann ihm angeblich bis zu einer Woche abgenommen werden. Ob das erlaubt ist, kläre ich gleich. Ziemlich krass. Und am Gymnasium in Köln-Rodenkirchen heißt es, Handys und ähnliche elektronische Geräte im eingeschalteten Zustand dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. Wer sich nicht daran hält, ist das Gerät los. Und zur Rückgabe des Geräts müssen Eltern zur Schule kommen. Also das sind Regelungen, die teilweise sehr weit gehen, insbesondere wenn es darum geht, dass das Gerät weggenommen wird, sage ich gleich was dazu, was allerdings schon möglich ist, dass es ein ganzes Handyverbot in Schulen geben kann. Nummer 2. Dürfen Lehrer mir verbieten, das Handy während Prüfungen anzuhaben? Na klar dürfen die das verbieten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass das Ganze als Täuschungsversuch gewertet wird. Und insofern werden vor vielen Prüfungen die Handys auch erstmal eingesammelt oder müssen ausgeschaltet werden. Das wird dann auch überprüft. Ganz besonders dramatisch ist es natürlich, wenn ihr mit einem eingeschalteten Handy während einer Abiprüfung erwischt werdet, dann kann es sein, dass ihr komplett durch die Prüfung rasselt und die ganze Prüfung nicht einmal wiederholen könnt, wegen eines Täuschungsversuchs. Gerade schon hatte ich es angesprochen, dürfen Lehrer mir das Handy denn wegnehmen. Auch das ist in den verschiedenen Schulgesetzen und Schulordnungen geregelt. Also ladet euch mal die Schulordnung eurer Schule runter. Das ist bestimmt auf einer Homepage zu sehen. Da gibt es also viel Interessantes zu lesen, wie ihr hier erfahrt. In Nordrhein-Westfalen steht das nicht nur in der Schulordnung, sondern auch im Gesetz 53 Absatz 2 Schulgesetz heißt es, eine prophylaktische Wegnahme von Handys, also weil eine Gefahr droht, ist in Nordrhein-Westfalen nicht zulässig. Die Störung durch das Mobilfunkgerät, durch das Handy, den Gegenstand muss bereits eingetreten sein oder unmittelbar bevorstehen und auf andere Weise als durch Wegnehmen nicht zu beseitigen sein. Also das heißt Ultima Ratio ist das Wegnehmen, wenn ihr allerdings unter der Bank mit einem Handy daddelt, vielleicht noch mit einem Mitschüler stört den Unterricht, kann man das Handy dann wegnehmen. Nummer 4, dürfen Lehrer das Handy wegnehmen und über das Wochenende dann auch behalten oder in der Schule liegen lassen. Dazu gibt es zum Beispiel in Hessen und im Land Baden-Württemberg jeweils einen Erlass, dass Handys noch am gleichen Unterrichtstag zurückgegeben werden müssen. Die Bayern mal wieder sind da etwas flexibler, die sagen, Handys können vorübergehend einbehalten werden. Wir haben das geprüft und sagen, naja, es geht ja darum, dass die Störung beendet werden muss. Es geht nicht um die Bestrafung des Schülers und insofern muss aus unserer Sicht, sobald die Störung beendet ist, auch das Handy zurückgegeben werden. Es gab, glaube ich, mal einen Fall in Berlin, da war über das Wochenende das Handy weg. Das geht nicht. Ich persönlich fände auch zu krass, wenn die Eltern das Handy abholen müssen, da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das zu weit geht. Was natürlich da in Dortmund angeblich gemacht wird, dass eine Woche lang das Handy einbezogen wird, ist natürlich viel zu lang. Das würde auch gegen jegliche Eigentumsrechte verstoßen und auch gegen Rechte der Eltern. Die wollen ja vielleicht auch, dass ihre Kinder sicher zur Schule hinkommen und nachher wieder zurückfahren. Können Lehrer Nummer 5 Handys durchsuchen, wenn es zum Beispiel den Verdacht auf strafbare Inhalte gibt? Ja, es könnte ja sein, dass ein Lehrer gesehen hat, dass hier gerade etwas fotografiert worden ist oder etwas getauscht worden ist, was illegal ist. Eine Mobbing-Situation könnte gegeben sein und da möchte der Lehrer mal schnell drauf gucken. Das funktioniert nicht. Er kann das Handy zwar wegen Störung des Unterrichts und aufgrund der Schulgesetze beschlagnahmen, kann es auch der Polizei übergeben, aber er darf jetzt nicht drauf schauen. Er müsste den Schüler bitten und wenn der Schüler dann einverstanden ist und ihn drauf schauen lässt, geht es, aber mit Zwang geht es nicht. Das ist nur den Strafverfolgungsbehörden überlassen, da solche Recherchen einzusetzen. Dann gibt es noch Schulen. Das ist jetzt Nummer 6. Die wollen Störsender gegen Handys in der Schule einsetzen, haben also sogenannte Jammer, damit ihr in Prüfungen auf keinen Fall das Handy irgendwie verwenden könnt oder irgendwas euch ins Ohr setzen könnt. In Österreich gab es das an einem Salzburger Gymnasium. Manche haben auch Handydetektoren verwendet, da wird dann geguckt, mit ein bisschen wie so Radioaktivität, kann man offenbar auch jemanden ableuchten, hast du nicht noch ein Handy an deinem Körper. Das alles ist mehr oder weniger verboten worden. Die Schulaufsicht in Schleswig-Holstein hat dem Gymnasium verboten, die Detektoren nicht zu verwenden, denn es gibt keine rechtliche Grundlage dafür und die Jammer sind sowieso nach dem Telekommunikationsgesetz schon in aller Regel verboten und da machen die Schulen sich dann strafbar, wenn sie plötzlich solche Jammer anschaffen. Das verstößt gegen § 55 Telekommunikationsgesetz, also besser auch davon die Finger lassen. Nummer 7 der Sachen, die Lehrer machen aber vielleicht nicht dürfen, ist mir zu verbieten, dass ich im Unterricht trinke, obwohl ich Durst habe. Da gab es große Umfragen zu. Es gibt die Webseite trinkenimunterricht.de, weil Flüssigkeitsaufnahme so wichtig ist, natürlich auch die Leistungsfähigkeit steigert. Lehrer wiederum haben die Sorge, dass man mit diesen Plastikflaschen anfängt hier zu knicken, dass es dann so laut oder dass so eine Flasche dann irgendwie mal runterfällt, dass das dann besonders laut klingt und deswegen sind so diese Flaschen im Unterricht verboten. An 42% der Schulen ist im Unterricht komplett verboten, aber, und das war auch interessant, ich habe jetzt für euch versucht herauszufinden, ob es nicht irgendeinen Tatbestand gibt, mit dem euch das gestattet werden kann und nein, den gibt es nicht. Da muss man sagen, die Lehrer dürfen das erstmal selbst bestimmen. Fakt ist aber auch, dass die meisten Lehrer, das hat auch eine Umfrage von Trinken im Unterricht, Wassertrinken wohlgemerkt, der wird sich ja schon lustig an die Seite ergeben, dass ein Viertel der Lehrer sich über ein Verbot, dass man trinken darf, wieder im Unterricht darf, wieder hinweg setzt. Also da sind die meisten dann kulenter, als es die Schule will. Wenn es heiß ist und Gefahr für euch droht, dann darf man es euch auch nicht verbieten, ist aber eher der Ausnahmefall. Dürfen Lehrer störende Schüler vor die Tür schicken? Auch da muss man wieder in die Gesetze der einzelnen Bundesländer schauen, in einigen ist es komplett verboten, weil man sagt, naja, damit verletzt der Lehrer seine Aufsichtspflicht. Es könnte ja sein, dass die Schüler dann irgendwie auf dem Pausenhof rumtoben. Bei manchen ist es erlaubt, solange klar ist, dass der Schüler noch davor steht. Und insofern kann man tatsächlich in Baden-Württemberg einen Schüler rausschicken und ihn dazu bitten, die Klinke runterzuhalten, damit klar ist, jo, der ist noch an Bord und flitzt nirgendwo rum. In Bayern übrigens, finde ich auch ganz spannend, dürfen Schüler überhaupt nicht vor die Tür geschickt werden. Dürfen Lehrer eigentlich Stoff in Klassenarbeiten abfragen, der zuvor noch nie im Unterricht drangekommen ist? Eine sehr beliebte Frage, die uns jetzt im Nachgang noch gestellt worden ist und die Antwort lautet, nein, Klassenarbeiten sind natürlich Leistungskontrollen und es darf nicht dem Zufall überlassen sein, ob jemand jetzt weiß, was darin vorkommt oder nicht. Das muss alles basieren auf dem zuvor erfolgten Unterricht. Was anderes ist es natürlich, wenn ihr häufig blau gemacht habt, nie da wart, nicht ordentlich nachgearbeitet habt oder euch nicht mal an den Stoff erinnern könnt. Ich glaube, das ist der weitaus häufigste Fall, aber wenn wirklich nachweislich was drankommen sollte, was nie im Unterricht war, dann darf das auch nicht in einer Klassenarbeit abgefragt werden. Anders übrigens, wenn es darum geht, Sachverhalte zu übertragen. Es geht natürlich nicht nur darum, dass ihr Wissen wieder abspult, sondern auch, dass ihr ihr Erlerntes übertragt. Aber die Grundprinzipien des Übertragens müssen euch vorher vermittelt worden sein. Darf sich ein Lehrer eigentlich so viel Zeit für die Korrektur von Klassen arbeiten lassen, wie er will? Das entscheidet auch mal wieder das Schulrecht des jeweiligen Landes. Es gibt Richtwerte. Grundschule, eine Woche Zeit für die Korrekturen. Bis zur 10. Klasse, zwei Wochen Zeit für die Korrekturen und ab der 11. Klasse drei Wochen Zeit für die Korrekturen. So haben es Niedersachsen, Bayern und Hamburg zum Beispiel geregelt. Ausnahmen sind natürlich möglich, wenn der Lehrer krank ist oder ein übermäßiger Arbeitsanfall ist, sodass die Schüler nur sehr schwer dieses Recht einklagen können. Aber ihr könnt euch auf dieses YouTube-Video berufen. Wenn euer Pauker mal wieder nicht mit den korrigierten Klausuren rausrückt, soll er sich das mal anschauen und in das Schulgesetz schauen. Er muss Gas geben beim Korrigieren der Arbeiten, damit ihr auch wisst, ob ihr auf dem richtigen Dampfer seid und auch das Richtige gelernt habt. Denn nur so kann ja eine Leistungskontrolle korrekt erfolgen. Korrekt könnte es noch einen dritten Teil dieses Blockbusters geben, wenn ihr mir weitere Fragen stellt. Ich schaue mir das mal an. Wir werten das dann langsam aus. Und wenn ihr den Blockbuster sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Denn dann seid ihr auch beim nächsten Mal schon wieder dabei. Und wer daran erinnert, wenn wir euch über die Dinge aufklären, die Lehrer machen, aber eigentlich nicht dürfen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.